In diesem Video vermittle ich dir eine paleo-anthropologische Idee, warum uns Fett und Eiweiß zu dem gemacht haben, was wir heute sind und warum uns die Kohlenhydrate dann kultiviert haben. Nimm das als spaßige Unterhaltung mit Lerneffekt. Vertraue mir, an der Einführungsgeschichte ist ein fettes Fünkchen Wahrheit dran. Erfahre heute, wie unsere Vorfahren es mittels der Kohlenhydrate vom Baum ins Rheinhaus geschafft haben. Hallo, ich bin Ernährungs- und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Schön, dass du mit dabei bist. Los geht's! Wir Menschen stammen vom Affen ab. Der hat viel Obst gefuttert, war deshalb damals auch schon sehr schlank. Das war sehr praktisch. So konnte er sich federleicht von Baum zu Baum schwingen. Ein dicker Affe wäre wohl dem Baum gar nicht erst hochgekommen. Ein paar Affen waren nur scharf auf Affenschnitzel, also Bananen. Und die hatten auch schon damals mindestens doppelt so viel Zucker wie Äpfel, Himbeeren und Kollegen. Die Bananenfans, die stopften sich ordentlich voll und nahmen dann zu. Bis nach und nach Einigung von diesen angedickten Äffchen vom Baum runter klatschten. Die Dickerchen kamen jetzt nicht mehr rauf auf die Bäume und dachten sich wahrscheinlich, Shit, die Leiter wird erst im 16. Jahrhundert erfunden. Bis dahin werden wir wahrscheinlich ganz schön Hunger bekommen. Also streiften sie mit knurrendem Magen durch den Wald und schauten, was die anderen wilden Tiere so von ihrer Beute übrig gelassen hatten. Meistens lagen da aber nur so ein paar sauber abgenagte Knochen rum. Da muss einer von den hungrigen Affen so richtig sauer geworden sein und kloppte vor Leiter Wut auf so einem blöden Schädel und dem blankgenagten Knochen rum. Zack kam das Hirn und das Knochenmark zum Vorschein. Ja, die Pampe sah wohl nicht ganz so lecker aus wie Banane, aber die Kollegen hatten Hunger. Hey, das Zeug muss gar nicht so übel geschmeckt haben, denn die waren plötzlich mächtig scharf auf diese Suppe. Und klüger wurden die sogar, weil Hirn und Knochenmark aus viel hochwertigem, kalorienreichem Fett bestand. Hast du gewusst? Knochenmark hat ein relativ ähnliches Fettsäuremuster wie Olivenöl. Ob es deshalb so gesund ist? Und Eiweiß liefert das Gehirn auch noch. Fupp! Wuchs auch unser stark kalorienverbrauchendes, klugdenkendes Großhirn im rasanten Tempo. Auch deshalb, weil sie weniger Pflanzenfutter brauchten. Um Pflanzenfutter zu verdauen, musste zuerst lange, lange gekaut werden. Unsere Vorfahren hatten deshalb auch einen ziemlich großen Kiefer mit fetten Backenzähnen, um das Grünzeug ordentlich zu zermalmen. Wo viele dicke Beißerchen den Platz wegnahmen, blieb weniger für das Hirn übrig. Und der Darm musste auch ganz schön ackern, was viel Energie, also Kalorien verbrauchte, um aus dem Grünzeug irgendetwas Nahrhaftes zu basteln. Wenn unten viel Brennstoff verbrutzelt wird, bleibt für das Hirn weniger übrig. Aber das änderte sich ja dann mit der Zeit, als unser Vorfahre immer mehr Eiweiß und fettlastig futterte. In den unzähligen Generationen danach schrumpften Darm und Kiefer immer mehr zusammen. Und genau das ließ Platz und Kalorien für den immer größer werdenden grauen Matsch zu. Der heute immerhin im Verhältnis zur Körpermasse das voluminöseste aller Lebewesen ist. Millionen Jahre hat es gedauert, bis das Gehirn seine Maximalgröße erreicht hat. Aber so richtig genutzt wird es erst seit ungefähr 10.000 Jahren. Und das liegt ausgerechnet an den Kohlenhydraten. Als der Urmensch früher Fleisch, Innereien, Knochenmark, Fisch, Eier, Nüsse jagte und sammelte, um sein teures Gehirn zu finanzieren, musste der ganz fleißig täglich ein circa 15 Quadratkilometer großes Jagdrevier ablaufen, um ausreichend Kalorien zu erwischen. Und weil es deshalb sehr mühselig war, ausreichend Brennstoff für eine ganze Sippe zusammenzukarren, waren die mit maximal 50 Steinzeitmännchen und Weibchen überschaubar groß. Auch weil bei so kleinen Gruppen das ständig umherstreifen und Wandern, vielleicht auch Nordic Walking Ausflüge, viel einfacher zu organisieren waren. In so kleinen Gruppen waren geistige Überflieger nur homöopathisch vorhanden. Der Austausch untereinander und die damit verbundene Entwicklung der Intelligenz innerhalb dieser kleinen Gruppen deshalb überschaubar klein. Vor ungefähr 10.000 Jahren dann hat sich im damaligen Mesopotamien, das Gebiet erstreckt sich über den Irak nach Syrien, an den großen Flüssen Euphrat und Tigris die Landwirtschaft immer mehr ausgebreitet. Durch das viele Wasser konnten über große Gebiete Getreidefelder angelegt werden, zum ersten Mal. Innerhalb kurzer Zeit stand somit sehr viel an Kalorien zur Verfügung. Und da Getreideähren nicht ganz so schnell weglaufen konnten, musste der Bauer nicht den ganzen Tag den Busch durchkreuzten. Das Jagd- und Sammelrevier verkleinerte sich von 15 Quadratkilometer auf nur noch 1,5 Quadratkilometer. Ja, da blieb natürlich auch mehr Zeit für Muße und Schmuse-Stunden. Ja, gut fürs Bevölkerungswachstum. Und auch für die geistige Entwicklung, denn wo viele Menschen auf engerem Raum zusammenleben konnten, konnte sich Kultur, Wissenschaft, der geistige Fortschrift durch den ständigen Austausch unter großen unterschiedlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten der unterschiedlichsten Menschen entwickeln. Unsere Vorfahren machten sich aufgrund der Kohlenhydrate auf den Weg zum modernen Menschen. Natürlich hatte die Kohlenhydrat- bzw. Energieflut auch schon früher Nachteile. Von Forschern wurde an Mumien zum ersten Mal Arteriosklerose entdeckt. Ihre Erklärung dafür? Getreide verfügt zwar über wenig pflanzliches Fett, aber es wurde in verhältnismäßig großen Mengen gefuttert. Hauptsächlich finden sich dort Omega-6-Fette. Diese Fette nennen wir auch Speicherfette, weil sie die Energie im Getreidekorn speichern, aber auch den Fettaufbau in unserem Organismus anregen. Omega-6-Fette fördern auch Entzündungsprozesse im Körper. Auch die Gefäßinnenwand entzündet sich. Mögliche Folgen? Arteriosklerose, Schlaganfall, Herzinfarkt. Wir leben in modernen Zeiten. Durch maximalen Kohlenhydratüberschuss und die durch Überzuckerung der Gesellschaften entstehenden Krankheiten können heute in einem Multimilliardenmarkt mit teuren Medikamenten gemildert werden. Uns Deutsche sollten das freuen, denn einer der größten Arbeitgeber sind die Pharmakonzerne. Aber auch die Amerikaner, die klopfen sich vor Vergnügen auf die angedickten Schenkel. Den mittleren Westen in den USA, das ist einer der größten Kornkammern der Welt. Gigantische Getreide und Maisfelder versorgen viele Industrienationen mit billigsten Kalorien. Ist ja auch praktisch, denn ein sattes Volk ist ein ruhiges Volk. Das geht nicht so schnell auf die Straße. Warum wohl von dort seit den 50er Jahren immer wieder die Empfehlung kommt, möglichst viele Kohlenhydrate zu essen? Diese Empfehlungen wurden auch von anderen Ernährungsgesellschaften übernommen und seitdem gegen alle wissenschaftliche Kritik noch immer verteidigt. Es wäre ja auch peinlich zugeben zu müssen, viele Jahrzehnte nicht mehr ganz so Aktuelles verbreitet zu haben. Kohlenhydrate sind und waren wichtig. Sie liefern uns bezahlbare Energie, schmecken gut und ermöglichen uns, viele Menschen auf relativ engem Raum satt zu bekommen. Wer aber seinen Blutzuckerspiegel rauf und runter jagt, der riskiert eher eine überkalorische Ernährung. Und das kann dann schon mal in die Getreidesilos an Bauch, Hüfte und Beinchen einzahlen. Naja, im Dachgeschoss des Körpers hat das Gehirn immerhin genug Brennstoff, scheint bei manchen aber irgendwie zu verpuffen. Im Untergeschoss dagegen geht bei manchen Menschen immer mehr kaputt. Sind Kohlenhydrate jetzt schlecht? Nein, sind sie nicht. Wer auf gesunde Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Obst und vor allem Gemüse achtet, bei dem geht überhaupt nichts kaputt. Und es gibt sogar bestimmte Situationen, da sind die richtig gut. Welche ich meine, das erfährst du im nächsten Video. Welche Erfahrung hast du mit wenigen oder vielen Kohlenhydraten gemacht? Ich bin mir sicher, da kommen völlig unterschiedliche Erfahrungen zusammen. Und genau das beweist, es ist ein sehr komplexes Thema. Schreib das doch bitte mal unter die Kommentare. Und wenn du magst, dann klick mal auf das I hier oben. Da kannst du meinen kostenlosen WhatsApp-Newsletter abonnieren. Dann erfährst du immer sofort als erstes, wenn ein neues Video online ist. Oder wenn ich in meinem Online-Magazin einen neuen Artikel gepostet habe. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.